Talwitz ist eine verwaltungsgemeinschaftsfreie Gemeinde im Norden des Landkreises Leipzig in Sachsen. Der Gemeindesitz befindet sich in Talwitz. Geografie und Verkehr Die Gemeinde liegt zwischen Wurzen und Eilenburg. Inmitten der Auenlandschaft der Mulde und den östlich gelegenen Hoburger Bergen im Taucher-Entmorinen-Hügelland am Rand der Leipziger Tieflandsbucht. Westlich der Gemeinde fließt die Mulde in welche im Gemeindegebiet die Losa mündet. Nördlich des Gemeindegebietes verläuft die B87, südlich die B6. Die Bahnstrecke Eilenburg-Wurzen verläuft durch Talwitz. Der Personenverkehr wurde jedoch bereits 1978 eingestellt. Nächst gelegener Personenbahnhof ist nun Eilenburg-Host an der Bahnstrecke Halle-Kottbus etwa 4 km nördlich von Talwitz gelegen. Werktags erschließen mehrere Buslinien der Personenverkehrsgesellschaft Muldental. Alle zu Talwitz gehören Ortschaften und bieten Verbindungen in die Städte Eilenburg und Wurzen. Es gilt der Tarif des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. Ortsgliederung Zur Verbandsgemeinde gehören neben Talwitz noch die Ortsteile Lossa, Nischwitz, Kollau, Vasewitz, Karnitz, Röcknitz mit Treben, Bölitz, Zwochau. Geschichte Talwitz Am 31. Juli 1253 wurde Talwitz zum ersten Mal in einer Urkunde des Markgrafen von Meissen, Heinrich, dem Erlauchten, als Talwitz erwähnt. Möglicherweise ist Talwitz aber älter und entstand als slawische Ansiedlung bereits viel früher. Spätestens 1266 ist Henrikus des Kufherr auf Talwitz und nennt sich fortan Henrikus de Talwis. Im 16. Jahrhundert erbauten die Herren von Karnitz das Talwitzer Schloss im damals üblichen Renaissance-Stil und benannten sich entsprechend der 1575 erwähnten Schreibweise von Karnitz und Talwitz. 1791 findet man erstmals die heutige Schreibweise. Ab 1554 gehörte der Ort zum Amt Wurzen, ab 1875 zur Amtshauptmannschaft Grimmar. Zur Landgemeinde Talwitz gehörte das ehemalige Gut Denstedt. Nach der DDR-Kreisreform 1952 kam das ca. 1000 Einwohner zählende Talwitz zum Kreis Wurzen im Bezirk Leipzig. Eingemeindet wurden 1957 Kollau, 1973 Karnitz und Lossa sowie 1993 Nischwitz. Von 1994 bis 2008 war Talwitz Teil des Muldentalkreises. Am 1. April 1996 vereinigte sich Talwitz mit der Gemeinde Röcknitz-Böelitz. Böelitz. Bereits am 6. Juni 1222 wurde das Dorf Böelitz als Herrengut urkundlich zum ersten Mal erwähnt. Politik. Seit der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die 16 Sitze des Gemeinderates folgendermaßen auf die einzelnen Gruppierungen. Freie Wählervereinigung Talwitz-Nischwitz C.V. 8 Sitze. CDU. 3 Sitze. Freie Wählervereinigung Böelitz 3 Sitze. Linke. 2 Sitze. Sehenswürdigkeiten. Punkt. 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 Schloss und Park Talwitz. Das Schloss wurde um 1580 von den Herren von Karnitz anstelle des mittelalterlichen Stammsitzes Tira von Dalwitz erbaut. Das Renaissancehaus mit rechteckigem Grundriss besitzt auf der Hofseite einen Treppenturm mit Wendelstein und für zweigeschossige Giebel. Ende des 17. Jahrhunderts kam der Herrensitz an den Kammerherrn und Oberstallmeister Christoph Sigmund von Holzendorf, der ab 1699 den Barockgarten anlegen ließ. Die Hauptallee läuft auf das Schloss zu und führt über eine Treppe mit barocker Brunnenkaskade auf die erhöhte Terrasse zu, auf der ursprünglich ein barocker Neubau geplant war, der aber aus Kostengründen unterblieb. 1783 kam Talwitz in den Besitz der Grafen und späteren Fürsten Reus-Ebersdorf, die es als Jagdschloss nutzen. 1848 ging Reus-Ebersdorf im Fürstentum Reus jüngerer Linie auf. 1882 ergänzte der Architekt A. W. T. Rosbach das Schloss um einen Neorenessas-Flügel mit Turm im Auftrag des Fürsten Heinrich XIV. Dessen Enkel Heinrich XIV. vermietete das Schloss 1942 einer Klinik für plastische Chirurgie. 1945 wurde das Schloss enteignet. Im Jahre 1994 wurde der Klinikbetrieb aus Kostengründen eingestellt. Eine Büste vor dem Schloss erinnert an den Klinikgründer Wolfgang Rosenthal. Im Jahre 2008 wurden Schloss und Park im Rahmen eines Vergleichs der Ebben aus dem Haus Reus-Tvois-Lava-Feodora-Prinzessin Reus zurück übertragen. Schloss und Park Nischwitz Schloss Nischwitz stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und wurde wenig später im Stil des Spätbarock umgebaut. Der Park wurde wie das Schloss ursprünglich im Rokoko-Stil angelegt und Mitte des 19. Jahrhunderts in einen englischen Landschaftsgarten umgestaltet. Segemühle Talwitz Die Mühle wird im Jahr 1790 erstmals urkundlich erwähnt. Sie ist voll funktionsfähig und wird über ein oberschlechtiges Wasserrad angetrieben. Park Karnitz Herrenhaus im Rittergut Röcknitz Kirchen in Talwitz, Basewitz, Röcknitz, Bülitz und Nischwitz Auenlandschaft an der Mulde mit Mulde Radweg Kollauerwehr mit Fischtreppe Hoburger Berge Persönlichkeiten Ehrenbürger Wolfgang Rosenthal Söhne und Töchter der Gemeinde Christoph Sigmund von Holzendorf Königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer wirklicher Kammerherr und Rittergutsbesitzer Personen, die mit Talwitz in Verbindung stehen Christian Sigmund von Holzendorf Kur-sächsischer Kammerherr und Amtshauptmann des Amtes Eilenburg Starb hier Christian Benjamin Schmidt Theologe, Pädagoge und erster Vorsteher der Königlichen Gewerbsschule Chemnitz Geboren in Talwitz Richard von Könneritz Politiker, Diplomat und Rittergutsbesitzer auf Lossa Präsident der I.Kammer des Sächsischen Landtags Wolfgang Rosenthal Kieferchirurg Er öffnete 1943 eine Fachklinik im Schloss Talwitz zur Behandlung von Spaltpatienten und leitete diese bis 1962 Cornelius Gorlitt, Architekt und Kunsthistoriker, geboren im heutigen Talwitzer Ortsteil Nischwitz Was ist die Ist kiel podsetvia? Sehr gut sacrifice Geruch